Schau, Kuschelkatze schläft bereits. Wir alle lieben ein feines Nickerchen. Ich nicht. Pyjama-Partys sind dafür da, dass ich lange mit meinen Freunden aufbleibe. Ich auch. Kitty Katzen spielen wir ein Spiel. Ich habe eine Spielidee. Ich werde meine Augen bedecken, während sich alle unter den Decken verstecken. Wenn ich eine Decke berühre, gib mir einen Hinweis zu dir und ich werde raten, wer du bist. Ein Ratespiel. Ich bin so aufgeregt. Wenn ich versteckt bin, wirst du mich mir raten. Ich drehe mich um und zähle bis fünf. Wirst du mit mir zusammenzählen und mir beim Raten helfen? Eins. Los geht's. Zwei. Ich kann hier rüber. Drei. Vielleicht hier. Vier. Fünf. Ich habe dich gefunden. Nur jetzt ist die Frage, wen? Wackelige, wackelige Perücke. Ich weiß, wer das immer sagt. Weißt du es? Es ist DJ Katzenwinze. Du weißt es. Wackelige, wackelige Perücke. Wackelige, wackelige Perücke. Der da. Leg einen Bommel drauf. Wer mag Bommel? Das ist Babybox. Toodles und Doodads. Du bist so gut in diesem Spiel. Danke, Babybox. Okay, lasst uns herausfinden, wer unter dieser Decke ist. Kuri hat für dich Wurzeln geschlagen, damit du raten kannst. Das ist Kuri. Oh, ich habe meinen Namen als Hinweis gegeben. Und wer ist dieser Brocken? Kuschelattacke. Oh, jemand, der Kuschelattacke liebt? Sagen wir seinen Namen gemeinsam. Panda-Pfötchen. Ja. Och, hallo Panda. Es sind noch ein paar Gabby-Katzen übrig. Wie diese hier. Wenn du raten kannst, wer ich bin, gebe ich dir einen Fisch-Tilfeif. Ich weiß, wer einen fischigen Schweif hat, oder? Es ist Meerkätzchen. Ich bin es. Und wer bist du? Oh, der Beste beim Verstecken. Eine bedeckte Katze. Ein Meister der Tarnung. Hm, weißt du es? Hatscha. Oh, ich weiß, wer es ist. Das ist Radkatz. Der eine, der einzige Radkatz. Hallo. Kann nicht verstecken ohne ein Hallo. Hallo, Radkatz. Und wer ist das? Springende Lilien. Ich bin's. Springende Lilien. Hm, Lilien sind Blumen, die in einem Garten wachsen. Einem Märchengarten. Wer könnte das sein? Glaubst du, sie hat das Wort Fee in ihrem Namen? Wie, Kitty Fee? Das ist eine blumtastische Vermutung. Da drin ist noch ein Haufen. Okay, mysteriöser Gast. Du bist dran. Tütüt und Brum Brum. Weißt du, wer es ist? Ich glaube, es ist Kalita. Ja, genau richtig. Hm, sind das alle? Ich erkenne das Schnarchen. Macht immer noch ein Nickerchen. Könnte es Kuschelkatze sein? Wer? Was? Hab ich während des Spiels geschlafen? Hm. Lass uns noch mal spielen. Diesmal werd ich es sein. Danke, dass du mit uns spielst. Tschüss. Tschüss. DreamWorks Gabby's Dollhouse